Grandioser Wettkampf, wunderschöne Übungen und dazu noch Top-Nachwuchs-Gymnastinnen, die auf die internationale Bühne bringen. Am Wochenende begrüßt sie das internationale Nachwuchsturnier Berlin Team Masters des Berliner Turn- und Freizeitsportbundes junge Athletinnen aus 16 Nationen in der rythbischen Sportgebastung. Bühne frei und los geht es mit dem großen Highlight, den Goldfinals. Bei Nele Arndt aus Berlin hat es ausgezeichnet geklappt. Siegerin im Finale mit den Beinen. Sicher auch ein gutes Omen für die Meisterschaftsqualifikation. Meistens hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, hier auf der Fläche zu stehen und für die Zuschauer, für meine Eltern und auch für die Kampfrichter natürlich zu turnen. Margarita Kolosow vom SC Potsdam turnt sich stetig immer weiter nach vorn im internationalen Feld der Besten. Nicht umsonst ist sie mehrfache deutsche Juniorenmeisterin und Teilnehmerin an den Jugendweltmeisterschaften 2019 gewesen. Staunen und genießen. Kunst und Können mit dem Ball. Eine anspruchsvolle und sehr sauber vorgetragene Übung, die für Margarita Kolosow mit dem ersten Platz im Ballfinale belohnt wird. Das Publikum unterstützt mich sehr und mich freut es auch immer. Und es ist ein sehr schönes Gefühl, dass mich alle unterstützen und alle schöne Worte, würde man sagen. Auch die zwei Jahre jüngere Gymnastin Daria Favolomeev vom Bundesstützpunkt Schmieden kann da schon richtig gut mithalten. Daria liegt am Reifen vor. Letztlich entscheidet sie drei Gerätefinals souverän für sich. Für die gebürtige Busse hat noch ganz großes Gefühl. Ich will bei der Qualifikation gut auftreten und mich für die Europamasserschau qualifizieren. Ganz getreu dem Motto, neues Jahr und neues Glück. Angelika Lepeka, Trainerin vom Bundesstützpunkt Berlin, begutachtete, wie Leistungen der Mädchen genau sind. Sie kann eine positive Bilanz ziehen. Die Gymnastinnen haben ihr Bestes gegeben und sich auf nationaler Ebene gut positiv. Unabhängig vom Wettkampf durfte natürlich auch die Männertanzbücher vom TSV Gutzmut 1863 nicht fehlen. Ihr Ziel? Gute Laune für alle. Check! Glitzernde Outfits, mitreißende Bewegungen und ausdrucksstarke Elegance. Das Berlin Team Masters war ein einzigartiges Gymnastikfestival. Viel mehr geht für mich nicht.